Und damit Leute wieder ein herzliches Willkommen! Mal wieder Seelen verlieren, aber wir haben tausend, das ist schon mal gut. Wir müssen ja eh, wir müssen ja eh auch ein bissel sammeln. Wir haben ja gesehen gehabt, wie viel wir da so alles brauchen. Oh, Bibi fein, Bibi fein. Das beginnt ja schon gut. Können wir schon den Boss besiegen? Na sieh, was gehst du? Der taumelt natürlich in die Gegend. Aber, da würde mich dann auch gleich mal eine Stelle interessieren. Die werden wir sich dann auch später anschauen. Weil da werden wir dann aufhören. Die habe ich schon mal bei einem anderen Livestream. Oh, opa. Oh, tupp dich aus, ihr Junge! Alter, der macht uns da fertig gleich mal. Der lässt nicht locker. Da, passt. Bibi fein. Bibi fein. So, jetzt machen wir noch dumm und dümm auch noch mal und dann passt das schon. Sehr gut. Im Endeffekt, wir könnten ja gleich raufrennen, könnten wir ja auch machen. Weil da ist es egal. Oh, oh, Scheiß hast du da. Scheiß hast du da. Aber es geht schon. Wird schon, wird schon. Perfekt. Ah. Ich würde sagen, wir gehen dann rauf. Wir gehen dann rauf. Wo muss ich dann passieren? Doch. Im Endeffekt. Dass wir da wenigstens noch ein bissel was haben da vorne. Na komm her, Burle. Na komm her da. Die sind ja irgendwie... Die sind zwar gefährlich, aber die sind definitiv einfacher zu besiegen, als wie manche andere. Aber wenn sie sich mal treffen, das ist halt das Problem. Treffen dürfen sie halt nicht. Bibi fein. Kleine Dreierpartie, oder? Gangbang vom Feinzen. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich, oder? Bibi fein, oder? Wie viele kommen da noch aus, oder? Egal wie die Stecken bleiben, oder ich den Einhuhn so. Geil, oder? Geil. Ah, Scheiß. Ja, schön verkackt. Schön verkackt. Aber, das nutzt sie jetzt aus, dass wir da weiterkommen. Eine Heilung Baumhau am Start. Bibi fein. Was will man mehr? Ich bin schon wieder da links, oder? Wie viele gibt es da noch? Wie viele gibt es da noch? Die kommen da alle raus, oder? Ist ein Wahnsinn, oder? Wie so eine kleine Herde, oder? Wahnsinn. Wow, jetzt war ich mir so unsicher. Wer weiß, oder? Wer weiß nicht, dass der gleich von oben aus eine Tacke machen kann. Da bin ich dann wieder ein bisschen unsicher. So, müssen wir jetzt dann im Blauen fertig machen, aber... Ist wenigstens nicht so schlimm, wie der Rode. Der Rode war wirklich... Pfff. Der Rode hat was können. Der Rode hat wirklich was können. So, perfekt. Nice. Nice. Na gut, wie schauen wir da aus? Gibt es da noch einen? Normalerweise nicht mehr. Oder vielleicht vom Tierl? Ich glaube vom Tierl gibt es da noch einen. Okay, dann ist es eh nur noch der blaue. Ja, genau. Da kommt jeder. Na gut. Jetzt wollen wir schon... Ja, ich wollte gerade schweren Angriff machen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Da kann man ein schön bisschen mit einem starken Angriff. Das muss man schon lassen. Das muss man schon lassen. Wurfmesser noch. Ich sehe es. Machen wir die noch mehr? Machen wir die noch mehr? Machen wir die noch mehr? Na gut. Es wäre schon wieder Lust gewesen, Alter. Wäre schon wieder verletzten. Es wäre schon wieder fällig gewesen, Alter. Eieieieiei. Ungemei, ja. Gib mir Ruhe da. Dass dir nichts am Boden liegen. Was. Ui du. Geschessen. Also. Wir könnten entweder da jetzt gehen oder da. Mich würde ehrlich gesagt das ein bisschen reizen. Weißt du, da bitte mein AG. Ah, Gott sei Dank. Aber doch, komm, mach's lieber mal so eine kleine Rolle. Man weiß ja eh nie. Ach, leichter Armbrust. Uh, uh, uh. Okay. Klar mal als erstes überfordert. Na, Moin. Na, Munition. Da haben wir das, gell? Holzbolzen. Okay, wie viel Schaden machen wir denn da überhaupt? Hä? Schön und gut, dass ich das aber... Ist ihm offen. Oder muss ich die ausrüsten? Ah, die muss ich sogar extra mal ausrüsten. Dann legt mich am Arsch. Ei, 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 ei. Wow. Ich hab nicht einmal zielen dürfen oder sonst was. Ach du Scheiße. Ich schau das mir aber trotzdem gerne mal an. Ich weiß aber nur nicht. Ob ich dann nicht gleich irgendwie... Ja, denke ich mir trotzdem. Aber ich weiß wenigstens schon mal, wo ich ungefähr bin. Wo die... Nicht schlecht. Okay, okay. Ja, ja. Lass sie. So geht. So geht nicht nach. Gut. So geht es. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein. Fuck. Ähm. Hi. Hi. Wir wollten eh sie sammeln, oder? Wir wollten eh unbedingt welche sammeln. Hätten mich zwar noch gerne ein bisschen umgeschaut, aber... Ja. Es gibt Schlimmeres, Alter. Es gibt definitiv Schlimmeres. Es wäre irgendein scheißverfickter Boss. Sind wir froh, dass wir jetzt noch Ruhe haben, Alter. Aber 1500 ist schon eine schöne Menge. Ist schon eine schöne Menge. Da können wir schon gut einkaufen. Beziehungsweise vielleicht auch mal noch ein Upgrade. So ein Stufenaufstieg, das wäre es. Ein Stufenaufstieg wäre richtig genial. Wie es plötzlich alle mit den Flammen, Jakub, das gibt es ja nicht. Ich bin mir unsicher. Ja, ich habe es mir schon da auch gehabt, Alter. Du Wix, ich habe es mir schon... Ja, aber ich habe es geschafft. Naja, geschafft. Glück habe ich gehabt. Aber auch ein Mordsglück. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass es dann nicht so kompliziert ist. Ich hätte es gern gesammelt. Nicht allzu kompliziert ist, wenn ich dann auf mich freue. Weil ich mache es dann nochmal. Definitiv nochmal. Damit ich dann schauen kann, ob wir nicht doch vielleicht das ein oder andere übersehen hätten. Beziehungsweise irgendetwas Sammelbares. Wenn wir da schon die Anbrust haben. Maschallah. Müssen wir ausnutzen. Müssen wir ausnutzen. Ich habe schon da auch gehabt, Alter. Bitte, sei keiner oben. Bitte, bitte, sei oben. Was? Ich habe mir gedacht, dass wir mit der Rolle kümmern, dass wir nichts irgendwie... Okay, es ist wirklich genug, das. Ja, und da hat immer der Havara da auch weggeschossen. Aber sonst ist da nichts. Ja, schade. Ja, es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade. Aber was soll es. So ein Schlimmeres geben. Aber jetzt kommt er mir wieder so ein bisschen mehr seelenhafter vor. Kann es aber auch vielleicht sein, dass er öfters erstirbt oder in der Welt oder... Okay, nein, es kommt vielleicht auch auf Licht-Schatten-Effekte an. Dass er dann wieder mehr wie eine Seele ausschaut und dann doch wieder mehr realistischer. Weil ich habe ein Dach gehabt, umso mehr Seelen wir haben, umso echter werden wir ausschauen. Aber gut, dass wir das auch abgehackelt haben. Jetzt müssen wir dann nur noch den Weg... Das tut mir leid, dass wir das Gefühl, dass da irgendein heftiger Bosskampf auf uns warten wird. Aber jedenfalls, dass der Rote, bis wir den einmal besiegt haben, bis wir das einmal schaffen, können wir noch... Da können wir noch gespannt sein, halt. Da können wir nur so das eine oder andere abwarten. Wer weiß nicht, ob wir dazwischen sogar noch einen anderen Bosskampf haben. Und dann vielleicht das Ärm vielleicht ein bisschen was lernen oder Multiplayer-mäßig. Wäre auch schon was Geiles. Na, 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 Alter. Behalte den Scheißdreck, behalte den Scheißdreck. Ich brauche das nicht da irgendwo durch die Gegend geworfen. Ich sehe schon Speer. Na, doch, kein Speer. Mega fette Axt, hallo? Ah, Scheiße. Was hast du gemacht, Alter? Der war ja ur-easy, Alter. Wow. Okay, okay. Nimmst du mir gleich die ganze Ausdauer an, na, super. Das brauche ich nicht. Das ist aber auch gefährlich, Alter. Das schießt doch gar um die Ecken. Das ist wunderschön. Fast. Baby-Fan. Hey, ein Löcher da hinten. Sehst du mich? Sehst du mich? Das gibt es ja nicht. So, machen wir da mal alles mehr, Alter. Wir müssen aber auch wieder ein bisschen überlegen, ob man nicht doch noch vielleicht irgendwo auch vielleicht raubespringen kann. Okay, jetzt ist es natürlich das perfekte Paradebeispiel, das ich es nicht kann, aber sonst... Dass ich da irgendwie drüber springen kann. Ich mache da mal alles wieder. Bist du eh kein Gegner? Schaut aber interessant aus. Schaut aber interessant aus. Wollt ihr meine Waren anschauen? Vieles gestohlen. Aber wen kümmert's, ne? Ja, eh. Hauptsache, dass ich so gute Ware. Langschwert. Okay, okay, okay. Da haben wir wenigstens das, was ich schon einmal gesagt habe, dass wir das dann irgendwie wieder erlangen können, das Schwert. Ach, Geule. Ich sehe auch schon. Also, viel hält das einmal definitiv nicht aus. Das finde ich schon mal schade. Kurz Speer. Oh, ein Speer? Ein Speer wäre schon was Feines. Gerade so ein bisschen zum Herumtesten. Ob mir das sogar gefällt. Ist halt wieder dann auch die Frage, kriege ich das nicht auch irgendwie selber? Das Soldatenschild wäre vielleicht sogar auch interessant. Ich würde da gerne irgendwas haben, damit ich so einen Vergleich sehe. Zu meinem. Wäre was Feines. Ich sehe da gerade A und B da. Ich habe mir gedacht, hey, da könnte ja vielleicht Unterschied liegen. Okay, sortieren kann ich auch nicht. Ich hätte mir vielleicht gedacht, ich habe irgendwas so vergleichsmäßig. Weil ich will nicht extra ins Menü rausgehen, ins Menü reinigen. Oder kann ich? Nein, ich kann nur das. Okay, weil wäre halt auch ein bisschen schade. Ich bin wirklich ein bisschen schade. Jedes Mal da so, jedes Mal reingehen, wie schaut das damit aus? Was soll ich da wieder für Vorteile, Nachteile? Ist ein bisschen schade. Ist ein bisschen schade. Aber im Endeffekt, ja, was soll's. Ist nicht so, ist nicht so schlimm. Sowieso, wenn es dann irgendwann einmal später genug Seelen hast, dann gehst du einkaufen und denkst dann nur so, so wenig, gescheißen. Oder ich bin schon gespannt auf die Bosskämpfe, wie wenn wir überhaupt einmal einen besiegen, was wir da so alles rauszukriegen. Hä? Achso, der hat das andere Schwert jetzt genommen, oder was? Ach, da kann ich schon mal runterhupfen. Da kann ich schon mal runterhupfen. Na, heilöchen. Oh. Ah, äh, heil. Was geht mit euch ab, Alter? Alter, der schießt gar nicht, das Wunki. What? Ich stich die Sau ab, Alter, ich stich die Sau ab, Alter. Das gibt's ja nicht. Frag mich zwar trotzdem, wo ist mein anderes Schwert, aber noch gut. Ah, jetzt kann ich das wieder mit einer Hand und dann wieder mit zwei Händen. Das versteh ich doch auch wieder nicht. Aber ist ja wurscht. Ist ja nicht so tragisch. Passt. Kommen wir schon mal wieder an. Weniger. Naja, voll. Scheißausdauer. Nimm dir lieber mal eine Heilung, sonst wird das mal nix. Guck, gib ja. Ist halt dein Ernst. Ah, der ist weg und der ist weg. Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt, aber... Puh. Gescheiß, Alter, mit deinen scheißverfickten Kugeln da wieder. Deine depperten Brandbombe. Ah, da haben wir schon mal unseren ersten Kandidaten. Der, was wahrscheinlich die ganze Zeit auf uns schießen wird. Ah, da ist noch einer. Ja, wie sie es. Viel Spaß dabei, Alter, beim Treffen. Was haben wir denn da noch alles? Aha. Uh, da kann ich schon wieder runtergehen. Das schaut schon wieder interessant aus. Oh, was ist der denn? Halt so schnell weiter. Sonst hätte er uns schon wieder gefickt. Huch. Haben wir wieder ein Glück gehabt. Ich komme, Brudelie. Ich komme. Das sehe ich, was geht es dir. Du wolltest nicht mehr machen. Naja, bitte, Alter. Wie ist es für du, Alter? Ach, da können wir wenigstens auch gleich mal hochschauen. Da sehe ich schon mal wenigstens. Eins, zwei, drei, vier. Okay, passt. Wollen wir wieder hochgehen? Uiuiuiui. Ich würde trotzdem sagen, schauen wir mal. Oh, fuck. Oh, fuck. Hi, hi. Na, guck mal her, Alter. Bist du deppert? Schee lost? Der ist schnell mehr gegangen. Bist du deppert? Aber das, das wird sich jetzt wahrscheinlich rächen. Bam! Ah, du Arschloch! Aber voll ins Popperzl! Du Wichser, du! Das kann nicht der Ernst sein, Alter. Bist du so ein scheiß Huhn? Voll runter, weil der uns schön ist. Alter, der ist ja nicht einmal krepiert. Nein! Nicht euer scheiß Ernst. Das kann nicht euer scheiß Ernst, Alter. Der ist nicht krepiert. Warte, ich komme schon purli. Ich komme schon runter. Ich muss eh sowieso. Ich muss eh. Dass du nicht krepierst, Alter. Das ist schon... Alter, wenn ich da auch wegfallen wäre, dann zack, bumm, weg. Ich wäre weg. Ich hätte mich jetzt vergessen können. Hi! Will ihr... Oh, da kommt ja schon mal ein Mutiger! Ein Mutiger-Kandidat wagt sich, den Außerwesen zu besiegen. So, jetzt... Jetzt kommt einmal einer, der Nächste. Die nächste Waffe. Oh, 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 oh! Okay, die hat schon ein bisschen... War schon ein bisschen Mutiger. Hat sie schon mal wenigstens was probiert? Hat sie schon wenigstens was gedacht? Jetzt ist es der... ist es der Gegner, auf den er gewartet hat. Nein, einfach auf die nächste Lusche. Passt. Perfekt. Alle... Alle einzeln herkommen. Ideal. Und so kann man sich lockab flockig auf die sieben. Kann ich da drüber? Na, kann ich gar nicht. Geht mir fixdach, gehabt da so um... Da, ich... Da kann ich. Ich würde aber jetzt nicht irgendwie da so... Oh, okay. Zu spät. Da ist so geschein' da oben, äh... schaun'n patrouliert oder Physics und auch gehabt. Na, die wixer macht ihn fertig. Warte kurz. Ich könnte vielleicht das alles in die Luft sprengen. Uuuuuh, uuuuh, uuuuuh, sehr gut. I have something to use Wow, wow, wow Okay, das war genug Hast du da im Kopf Hey, fang mal, fang hier Und der nächste und wieder der nächste wäre schon fast feines Okay, okay, fang mal Heilung. 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 Passt. Heilung ist da. Bitte jetzt nicht schießen. Oh Gott. Ui da. Gescheißen. 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 Zack. 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 Ja. 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 Gidee. Gidee. Bitte. Es soll es was Schlimmeres geben. Psst. Ihr schießt schon wieder. Aufpassen. Es soll es was Schlimmeres geben. Geh bitte. Pippi fein, Alter. Pippi fein. Wie die ärgste Lusche, aber Pippi fein. Der größte Anfänger des Todes. Wie hat der bitte Nio bis zur Hälfte durchgespülen können? Oh. 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 Na, das kann nicht euer Ernst sein. Okay. 1, 2. Okay. Ich hätte mir gedacht gehabt, dass er jetzt noch einen 3er schwarz macht. 1, 2. 1, 2. Ich warte die ganze Zeit auf einen dritten Schlag von ihm. Weil ich habe ganz kurz gesehen gehabt, einen dritten Schlag und dann wieder nichts. aber oder ohne Schiele sind die ja voll easy. Ist das ein normaler oder ist das kein normaler? Ich weiß nicht. Es ist ein normaler Gegner, oder? Er wirkt jedenfalls normal. Nicht, dass das irgend so ein spezieller Wichser ist. Na, Gebüte. Alter, scheiß dich nicht. Oh, aber das ist ja keiner. Es ist ja nichts. Das ist ja kein Gegner. Ge, ge, ge. Ge, kum. So, und da ist jetzt eh wieder der Anfang, gell? Da, wo wir da runtergekupft sind. Ist doch nicht zufällig eh nicht irgendwo was? Na, gell? Na, na, da ist nix. Passt. Aber traumhaft. Traumhaft schön. Wahnsinn. Wahnsinn. Irgendwie erwarte ich mir, dass da irgendein scheiß verfügtes, heftiges Viech da noch auf uns zukommt. Krummsäbel, zeig her. Was Gutes, was Schlechtes. Aha, machen wir mal das. Es gibt vieles, was richtig ist. Okay, nice. Bastardschwert, aber nur sind wir noch immer zu schwach. Da, Krummsäbel. Hm, hm, okay, 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 okay. Ja, da sehe ich schon was. Aber dennoch, das Gewicht, gell? Ausrüstung. Ja, das ist Arsch, das ist Arsch. Da brauchen wir noch, da müssen wir noch irgendwie stärker werden mit den Werten. Da müssen wir unbedingt noch stärker werden.